Ah, ich bin jetzt schon nicht reinzuschieben. Das hat mir aber so gefallen. Wow. So. Yay. Gib, 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 gib. Ah! Inkompetent. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf dem Microcosmos Server. Und, ähm, ja, heute ist mit dabei der TGW, der gerade irgendwie da ein bisschen am Rad dreht. Dann, äh, Tarok natürlich, äh, und der Destrex, der Schweizer, der gar kein Schweizer ist. Ne, falsch. Nochmal eben so am Rande. Gut, macht aber nichts, darum geht's nicht. Wenn ihr in die letzte Folge geschaut habt, habt ihr gesehen, dass wir eine Spur gefunden haben. Und zwar haben wir hier vorne, das zeige ich nochmal, äh, hier an dieser Ruine. Ja, was heißt Ruine? Aber ich sag mal, das, äh, soll wohl, glaub ich, ein Haus werden, was halt leider nicht fertiggestellt wurde. Hatte natürlich auch einen Grund, wie sich herausgestellt hat. Denn wir haben dort in der Kiste ein Buch gefunden, äh, gefunden. Das war von dem Tümalus. Und der Tümalus, äh, sollte eigentlich hier auch ein bisschen mitmachen am Server. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo ist er hin? Und genau dieses Buch hat uns verraten, wo er eigentlich hin ist. Und, äh, ich weiß nicht, Tarok kannst du vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden. Ja. Gleich in der letzten Folge. Ich hab das Video gelesen, äh, gegeben, der kann das ja mal eben vorlesen. Äh, oh nein, mir ist es aus der Hand gefallen. Ja, ne, 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 muss er ja nicht unbedingt, muss er nicht unbedingt. Ich kann nicht lesen. Guckt auf jeden Fall in die letzte Folge rein. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir uns jetzt hier mit mehreren getroffen haben. Wir vier auf jeden Fall, äh, und, ähm, ja, wir wollen, wie gesagt, schaut einfach in die letzte Folge rein. Bevor wir das jetzt erklären, dann, äh, vergeht zu viel Zeit. Also, wir haben uns, äh, fertig gemacht. Ich bin, äh, gut gerüstet. Ich hab mein Schild, meine Eisenachse, ich hab Fressen dabei. Und dann würde ich sagen, äh, der Schritt ins Neser kann beginnen. Oder? Wie sieht's bei euch aus? Ja, 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 ja. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Let's go. Ich will stecken auf. Ja, ja, also, wie gesagt, ich, äh, saß nochmal auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt gerade mal hochgehen. Tümalus hat uns halt eine Notiz da gelassen und, ähm, der ist halt auf dem, äh, Weg in Neser und er ist seitdem nicht mehr zurück. Und von daher, wir gucken einfach mal, was passiert ist. Und, äh, ja, schauen mal, ob wir ihn dort antreffen. So. Ja, dann let's go. Was ist das hier für ein fettes Portal, Alter? Genau, das haben wir natürlich schon mal. Noch überdimensionaler. Gebaut. Was auch neu ist, ich zeig's ganz schnell, bevor er das eröffnet wird, sind hier natürlich die kleinen Marktstände. So, das ist auch noch alles neu. Noch mal eben schnell. Ja. Nee, ich hab ja nicht gesagt, wer es gebaut hat. Ist auf jeden Fall neu da. Na, das ist wieder eine. Und, äh, ja, ich würde sagen, let's go. Lass uns einfach rein und wir gucken mal, was passiert. Und ab dafür. Er ist da. Wuh! Er ist da. Oh, es ist alles so schummrig. Oh, komm, wir essen wieder hoch. Yeah. Krass, Alter. Was ist denn hier, ey? Das war jetzt unerwartet. Geile Kacke. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Hahaha, tue mal los. Was? Pass auf, pass auf. Oh, fuck, Alter. Was ist hier los? Was soll die Scheiße? Ich werde angegriffen. Von wem? Wer macht das? Das sind so Skeletter. Au, alter, Vater, ey. Jetzt hab ich die Kacke auch nicht gelesen. Oh nein, oh nein, oh nein. Da, den ersten hab ich gefüllt. Oh nein, oh nein. Ey, was ist denn hier los, ey? Krass, der Kacke, ey. Warte, da kam auch grad irgendwie eine Stimme. Warte mal, haha. Tümalus gehört mir. Ihr findet hier nur den Tod. Hä? Was ist das denn für ein Trick? Mysteriöse Stimme. Okay. Ist die Stimme, von der Tümalus schon gesprochen hat? Ja, es gab auf jeden Fall einen bestimmten Punkt. In der Notiz, die wir vorgelesen haben. Also, wie gesagt, schaut einfach mal in den letzten Video rein. Und dort sprach Tümalus auch von Stimmen, die ihn tatsächlich hier hinlockten auch. Und, äh, es sieht auf jeden Fall krass aus. Also, hier scheint wohl irgendwas abzugehen. Ähm, wenn ihr das seht, hier wurde auf jeden Fall... Das ist ein bisschen gruselig, oder? Naja, es ist auf jeden Fall richtig mies, ey. Ah, krass, Alter. Ich dachte, guck mal, meine Herzen, ey. Drei Stück nur noch. Ah, echt knapp. Ich muss mal eben was essen. Zum Glück ist ja jetzt ab der 1,9. Äh, regeneriert man ja auf jeden Fall. 1,9 aufwärts. Genau, ja. Regeneriert man auf jeden Fall etwas schneller. Okay, nice. Ja, dann würde ich sagen, ey. Hab mir noch weitergegeben. Auf jeden Fall erst mal ein Schock. Ähm, ja genau. Ich guck mal eben rein. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Also, Taxin, bla bla. Da sind wir noch verstaubt, das ist halt, da. Warte mal, die rufen mich, er ruft mich und so. Genau, das hatten wir eigentlich aus dem letzten Video noch. Weil dann die Stimmen kommen aus einem anderen Ort. Ich packe meine Sachen und gehe den gefährlichen Weg in den Nässe. Ich muss es aufdecken. Und das war's eigentlich. Also, würde ich sagen, äh, wir gucken einfach mal, ähm, ob hier irgendwo, genau, ob hier halt irgendwo einen, äh, Weg gibt, wo wir. Das Portal geht's nicht, da ist es abgesperrt. Ne. Ja, keine Ahnung. Lass uns mal hier so ein bisschen drüber springen, oder? Also, ich kann ja hier so drüber. Schuhe da blaze. Woher denn? Boah, Ficking, ey. Ich hab das Tricks. Oh, was ist das hier für Schuhe? Ja, krass, Alter. Ist das Blut? Ah, jo, das, das kann Blut sein. Ja, ich glaube auch, ey. Ah, fuck, ey. Ja, das ahnt sich schon wieder nix Gutes, ey. Oh, nee, ja. Ich glaube, das ist hier so ein Anfang von so einem Dungeon, oder? Kann das sein? Das sieht ganz so aus. Boah. Das fühlt sich auch so an. Tötet ihn. Das macht mal kack, ey. Ich glaub, das könnte... Da, hier kommt direkt noch einer. Ich glaub, das wird schwieriger als erwartet, diese Aufgabe. Ja. Ja, ich glaube auch, ey. Das hat bestimmt Grund, dass Tümerlos noch nicht zurückgekehrt ist. Das sieht auf jeden Fall mies aus, wenn ich mal hier runtergucke. Wie gesagt, wir können auch zurückgehen. Der macht sicher nur Urlaub. Der macht sicher nur Urlaub, ja. Ich mein, warm ist es. Ja, ne, was? Ich hab hier die Fakten, die wir hier in Hochfahrt nehmen. Es fehlt nur ein bisschen an Strand. Das Beste sehen. Oh, ja, hier ist eine längere Blutspur. Das sieht schon nicht gut aus. Oh, ja. Aber hier scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall mal in diese Richtung. Ja, dann lass uns mal diesen Weg gehen. Ja, genau. Warte, ich mach mal auch hier so Fackeln hin, damit wir überhaupt wissen, wo wir hinterher auch dann zurück müssen. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, wo geht's lang? Warte mal, da ist Ende. Ich sehe hier noch ein paar Blutspuren am Boden. Oh, ja. Hier drüben scheint die Spur zu Ende. Und unser zweiter Weg war einfach mal, glaube ich, hier hin und da. Ah, okay. Doch, nee. Nicht nach unten. Oh, scheiße, ey. Ja, warte mal, dann lass dich mal gucken. Ich will nicht vorgehen. Ich geh vor, ich probier's ja mal. Ups. Na ja, gut. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Achso, kurze Frage. Bevor wir da jetzt, aua, untergehen und wir jetzt hier sterben oder so. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt fragen soll. Ist natürlich immer blöd, so mitten in der Aufnahme, ob wir weiter aufnehmen oder ob wir cutten. Ja. Das war jetzt eine Frage an euch. Ja, können weiter machen, oder so lange war die Aufnahme immer noch nicht. Ja, so zehn Minuten, oder was kann das ruhig noch ein bisschen dauern, Leute. Oh, das ist schon weitergelaufen. Ja, gut, dann gucken wir einfach mal. Also, ihr müsst ja aufpassen, hier ist ein sehr großes Hindernis, ob wir hier entlang gekommen sind. Ach, guck mal, das sieht ja krass aus, Alter. Ja, ihr scheint ja echt so, so Jump'n'Run-mäßig, oder was? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall Hindernismäßig. Ob er hier entlang gekommen ist, das kann ich nicht sagen, aber es scheint der einzige Weg vorwärts zu sein. Boah, nee, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, vor allem ich als Jump'n'Run-König bin. Ich will nicht. Ihr müsst hier drüben, wo ich jetzt bin, müsst ihr aufpassen. Ich hab hier schon mal auf den Boden geguckt und mir keine Falle gesehen. Ja, warte mal, das passt so weit. Ich hab hier keine Falle gefunden. Und ich hab irgendwie Bock draufzusteigen, weil ich nicht wissen würde, was hier passiert, aber ich glaub, das ist nicht so gut, oder? Achso, ja. Ach, egal, ich lauf einfach drüber. Ah! Und? Nein, nein, nein! Boah! Scheiße, Leute, Alter. Hey, was machst du denn? Ich küsst dir so was, ne? Ich brauch mir das Quatsch. Leute, das wird... Warte, ist da was passiert? Achtung! Digga, weh, pass auf! Oh, nein! Boah, boah, ich hab aber Glück gehabt, Alter. Du teilst ruhig, Alter. Was genau dazwischen, ey? Hilfe! Ja... Warte mal, Destrix ist da. Boah, das ist doch krass. Solltet ihr mal eure Schilder ein bisschen einpacken? Äh, hau, Brot. Das ist hier doch ziemlich schmal. Eure Schilder, glaub ich, werden ein bisschen optimaler, wenn ihr die anpackt. Äh... Warte, das haut da mal hin, das haut hin. Okay, hier scheint eine Tür zu gehen, hier geht's weiter. Guck mal erstmal rüber, Leute. Hey, ich geh du vor. Oh, nee. Wuhu! Du willst wieder was zu lachen haben, oder? Äh, nein, ich möchte einfach nur von dir nicht weggedrückt werden. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Au! 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 Oh nein, 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 nein. Ist schon einer am Brennen, oder was? Ja, ich überleb' das, aber... Ja, okay, okay. Kannst du essen? Du kannst dich ja damit sonst heilen. Warte, 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 bevor du die Tür aufmachst, was ist da überhaupt? Ich hab, ich hab das Schloss geknackt. Oh nein! Es war ein bisschen verrostet. Da höre ich auch irgendwann... Ah, danke. Oh fuck, ey. Da steht immer mehr in Flammen das Schloss, ich hab das ein bisschen... Ja, es ist einfach zerfallen, wie ich's angefasst hab. Okay, dann geh mal rein! Oh, oh nein! Ah! Oh nein, komm ich nicht! Nein! Destrix! Äh... Oh, die Kackfucker! Mann! Destrix versucht den... Ey! Ist das schon der Erste, der jetzt gestorben ist, oder was? Nein, ich hab nur ne Pause eigentlich. Wieso lösche ich nicht? Verbrenne und verbrenne... Oh, Gott sei Dank. Oh, fuck, ey. Ja, lass mal eben kurz Tür zu. Ich glaube, sollen wir mal hier cutten an der Stelle? Ja, genau. Okay, cool. Boah, fick, ey. Ja, scheiße. Hahaha. Keine bösen Ausdrücke. Okay, cool. Ähm, ja, wir cutten hier, ihr wisst Bescheid. Also, wir sind gerade hier mitten im Nessar und wir gucken einfach und verfolgen die Spur, die, äh, uns hoffentlich nach Thymalus, äh, bringt und, ähm, ja, wir müssen mal gucken jetzt. Wir warten auf Destrix, ähm, schau mal, dass du auf jeden Fall jetzt wieder hier Anschluss findest, weil zusammen sind wir auf jeden Fall stärker, würde ich sagen, wer weiß, was noch kommt. Und, ja, schaltet auf jeden Fall in die nächste Folge ein und ich sag einfach mal bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.